Es gibt ein Geheimnis in der Stelle ein Sim, was nicht viele Leute kennen. Und das ganz ohne Mods und ohne Cheats. Dazu müsst ihr einfach in die Sims 4 Galerie gehen und gebt beim Objektname Cars Unlock ein. Sucht euch einen Sim aus und platziert ihn im Haushalt. Wenn euch der Sim nicht gefällt oder ihn einfach nicht haben wollt, könnt ihr ihn übrigens auch aus dem Haushalt einfach wieder rausschmeißen. Dadurch, dass ihr den Sim kurz zu eurer Familie hinzugefügt habt, schaltet er unfassbar viele Sachen für euch frei. Dazu müsst ihr hier oben auf den Filter gehen, auf Inhalt und auf Freigeschaltet. Und hier sind jetzt einfach super viele Kleidungsstücke, die ihr vorher nicht hattet und die ihr jetzt ganz einfach benutzen könnt.